Ja, ich bin gespannt, was ihr macht. Wie sehr haben wir es zu stellen? Freunde, ah. Okay. Ja, Multiplayer und Korb. Ihr wisst, was ich meine, mehr Spieler, dies, das gedönst, brauchen wir nicht. Wie gesagt, ich werde sowieso das ganze Game im Eins-Spieler-Durchspielen. Klar wäre das schön, wenn man das mit Freunden zusammenspielen könnte. Ihr wisst, was ich meine, aber es ist auch okay. In Gedanken, oder? Oh, das verstehe ich gut. Der Papierkram nimmt kein Ende seit Bruce' Tod. Ja. Ich glaub's noch immer nicht. Bruce' Beerdigung war der schwerste Tag meines Lebens. Ja. Wissen Sie noch, was ich damals sagte nach Martha und Tommy? Sie sagten, der Tod zeigt den Wert eines Lebens. Wir nehmen Menschen für gegeben, bis sie fort sind. Ich weiß nicht, was ohne Bruce aus der Foundation wird. Ich hoffe, Master Grayson hilft Ihnen bei der Umstellung. Ja, das tut er. Dick hatte schon ein Investorengespräch. Er macht sich erstaunlich gut. Ich bin jeden Tag... Seid ihr aus dem Altenheim ausgebüxt? Wisst ihr nicht, dass es nachts gefährlich ist? Ich bin jeden Tag wieder aufs Neue stolz. Geld her, oder ich verpasse eine Ladung. Oh. Wisst ihr das? Vergiss das. Ziemliche Kehrtwende. Der Typ wusste nicht, wen er vor sich hatte. Kommen Sie rein. Bei einem Drink redet sich's gut. Da sag ich nicht Nein. Aber nur nicht zu lange. Ich will niemandem Sorgen machen. Der weiß genau, dass wir da sind. Der weiß genau, dass wir... Dass wir ihn kontrollieren, ja? Also nicht kontrollieren, dass wir ihn nachgegangen... Ja, gesagt. Vor... Was haben wir über den Rat? Die Legende vom Rat Euler ist von Seidgothams Gründung. Laut eines Gedichts sind sie eine Geheimgesellschaft, die die Stadt aus den Schatten heraus kontrolliert. Ich habe als Kind davon gelesen. Aber warum sollte Pinguin uns ein altes Märchen auftischen? Falls der Rat existiert und wirklich so mächtig ist, könnte er hinter den befreiten Häftlingen aus Blackgate stecken. Und wer auch immer das tut, kommt damit durch seit... Jahrhunderten. Verstanden. Hoffen wir, dass ein Besuch im Power's Club etwas bringt. Okay. Dann hoffen wir diesmal. Ist das dein Kostüm? Das ist das dein Kostüm? Was? Wir können über... Okay. Nice. Das wusste ich nicht. Was ist der Kostüm? Was ist dein Kostüm? Was ist das? Ah fuck Ah fuck That's a nice shot mal kurz kontroller schon aufgeladen wir brauchen keine akku mehr also habe ich keine ahnung was drin ist oder wer uns erwartet bin drin zeit zu sehen wie das oberste prozent sich vergnügt wunderbar lass uns wissen wenn du was findest sie haben eigene security angeheuert haben sie dir auch eine extra lange pause gegeben ich beschwere mich nicht es ist schön mal zu verschnaufen was der arme kerl wohl getan hat also ich habe nur eine längere pause bekommen na wenn das nicht bad girl ist jetzt kann ich mich umsehen ist Das war's für heute. AR hat diese Blutspur erkannt. Mal sehen, was hier noch aufscheint. Da ist irgendetwas unter dem Boden. Scheint mit einem Netzwerk verbunden zu sein. Lässt sich sicher irgendwie aktivieren. Das ist auf jeden Fall. Okay, dann haben wir jetzt alle gescannt. Als es hieß, wir arbeiten in einem Club, habe ich mir etwas anderes vorgestellt. Es ist ein ganzes Club. Was auch immer das heißt. Ich meine nur, ich wollte lieber irgendwo hin, wo es mehr Club und weniger unheimlich ist. Ach, hör auf. Das ist leichtes Geld. Wir sehen die Snobbs ja kaum. Ja, was soll das eigentlich? Wen juckt, je weniger wir wissen, desto besser. Den Ausgangs würde es hier endlich ein bisschen aufwegend werden. Ja, warum die strenge Sicherheit in letzter Zeit? Wer weiß, die hohen Tiere mit Kohle wollen sich wichtig machen. Das Problem ist, bleibt unentdeckt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Guck mal, da ist eine Truhe. Nice. Mhm, sehr gut. Ey, das stimmt aber. Das ist kein Gerücht. Es ist wahr. Okay. Kinderluftangriff. Kinderluftangriff. Er確 Das ist ein Schatz. Drone. Nice, sehr gut. Hey, hier haben wir irgendetwas. Zu offensichtlich, meinst du nicht? Geschafft. Okay, wo ist der andere Schalter? Hier unten, guck mal da. Schade um das schöne Buch. Wenn wir den ausschalten, dann bekommst du den Lockhomit. Wie geht es? 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 Was die Jungs nicht bemerkt haben, ne? Ich verstehe es nicht. Naja. Scheiß drauf. Wir haben es geschafft. Kabel hört hier auf. Folge den aktivierten Kabel. Der hört hier auch auf. Gibt es hier noch mehr aktive... So. Das so. Glockenturm. Was stört das Signal? Protokollmodus an. Senden sobald möglich. Das Blut führt direkt zu der Wand. Da muss auf jeden Fall noch mehr dahinter stecken. Hm. An dem Raum muss noch was dran sein. Ein anderer Ausgang? Das auf jeden Fall. Hm. Warum ist hier ein Scheinwerfer? Ach nö. Fick dich. Das kann es doch nicht sein. Ich weiß nicht, was wir brauchen für ein Muster. Geil. Ah, ist das geil. Ist das so nicht... Ja, das muss richtig sein. Oder auch nicht. Boah, ich habe keine Ahnung, was wir für ein Muster brauchen. Hier wird nichts abgebildet, ne? Dort ist irgendwas abgebildet, aber ich weiß nicht. Irgendwie ein Adler oder so. Er dauert in den Schatten. Hier ist der Adler Schicksalweg. Doch niemand nennt den Namen. Es wird ihm nicht gedroht. Wer sich ihm widersetzt, dem bringt ein Herrern den Tod. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Hängt euch schon mal sehr gut an. Ist das so nicht richtig? Ich habe nicht. Ich habe hier. Ich gebeולם auch. Kann wir das Den können wir bestimmt nochmal ausschalten Natürlich nicht Sehr schön Sehr schön Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich weiß nicht. Was ist das? So nicht richtig Oh, ich habe keinen blassen Schimmer Gibt es hier irgendwie keinen Hinweis oder so? Vielleicht Ich denke mal Bestimmt müssen wir den Ich glaube das passt ja zu denen, oder? Ich glaube das ist das Das soll dir gar nicht hin Nice, wir haben es geschafft Ohne Lösung, krass Okay Ja Wer seid denn? Clowns, hm? Ich ergebe mich nicht ganz los Ach, Pinguin, ne? Oswald Corporation, ne? Hey Du kannst mich zwar nicht hören, aber Pinguin sagt die Wahrheit Der Rat der Eulen ist kein Mythos Er existiert Ja okay, wir müssen die Blutspur wieder folgen Ah, dieses Rätsel, ne? Ja Naja Wir haben es geschafft Ohne nachzugoogeln Tja, dafür brauchen wir kein Google Schauen wir auch so Steht finde heraus Wohin die Blutspur führt Tja, wohin denn? Also Ich kann die nicht scannen Hier Wie tief ist dieses Kaninchenloch? Mit diesem jungen Bruce Wayne bleibt es ständig weiter So vieles, was wir nicht tun konnten Sein Tod hat den Weg für unseren Neuerwerb geebnet Gut Aber du solltest vorsichtig sein, wie sie schniffeln, mein Schätzchen Und nun zum anderen Problem Die Senatoren wurden bestochen Sie verabschieden den Entwurf Anfang nächsten Monats Wunderbar Wie sehr ich diesen Abschaum doch hasse Herr Zellberg, wir müssen sie hier wegfängen Der Hund schaut auch nicht mehr gesund aus, oder? Unter die drei Personen Gut, das sind zwei Personen Deine Ja, ne? Und hat's gesehen, ein Tier Tut mir da und wirklich leid Ich guck mir, wie der ausschaut, ey Ja, bei sowas hätte ich auch Angst Wie gesagt, würde ich auch komisch ausschauen Alles gut Oh mein Gott, das war knapp Ich weiß, dass viel zu riskant ist, ne? Aber wir müssen nur drei Geräuschlose Kills ausüben Jetzt können wir die restlichen so Snucken Hm Da ist der Ich darf ruhig weiter Alter, wo kommt ihr noch mal mehr? Das war aber nicht abgemacht, ja? Dass sie so viele jetzt auftragen Der Armster hat so viel Blut verloren Ich muss zu ihm schnell Hey! Das muss der Gefangene sein Ja, aber sag ich wieder so ein scheiß Rätsel Das wär's doch Ne, ich hab keinen Bock drauf Also das ist das Wo wir gelöst haben Mein, 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 nein Vergiss mich Du warst, Peter Komm nicht wieder vor Bitte Torst den Verretter Und torst auf dem einringlichen Dreck Wie der Lisserschmutz Perfektiv Die Stimme des Rats kommt Der wird die Strafe festlegen Und wer bist du? Gib mal deinen scheiß Deine Maske da raus Äh, ab Vergib dir dein Versagen nicht Du bezahlst das mit Blut Nein, bitte nicht Ich tue alles Und du, Anzab, gehörst hier nicht weg Der letzte Einbringling Wandelte sich vor über 100 Jahren hierher Die Strafe für diesen Träfel Bleib dir doch gleich Nice Nice Also Ja Also Nein Also Perfekt Scheiße, oh mein Gott Feuer Können wir nicht einfach hier lang Nee Das wäre viel zu einfach Wenn man an den Wänden lang gehen könnte Ich Ich habe das nicht mal berührt Äh, hä Was Ganz ruhig Ganz ruhig Ganz ruhig Ja, ganz ruhig Feuer, Feuer, Feuer Durch, 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 durch Ach du Scheiße Ja 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 Ist klar Aber wir haben es geschafft Ja Okay Äh, ja Gut Ich würde sagen Das war es, ne Wie, 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 wie willst du das schaffen? Lass mich raten, wir starten wieder von vorne Checkpoint Nice Okay Warte Nein, ich, ich, ich habe falsche Toste gedrückt Was ist das denn? Wir haben es geschafft Heilige Ach, mein Gott Alles Tod Alles Tod Alles Alles Knochen Tod Der Kollege hat es auf gar keinen Fall überlebt Hey Hey Es ist der Schlüssel für die Freiheit Hier drin müssen hunderte Opfer sein Hunderte? Das sind mehr als hunderte Also Bertkel Ich weiß nicht, was du da siehst, aber das sind mehr als hundert Diese Jacke sieht nach 19. Jahrhundert aus Der Rat mordet schon seit Mehreren Jahrhunderten? Ja, auch das sind doch Du meinst, das sind mehr Also, ja Ich dachte, du könntest es mir jetzt Äh, ne Zeres Ist in der Ärmel Im frühen 20. Jahrhundert am Teil Von deinen Auswege, aber wo? Und wie? Also, ich glaube nicht, dass wir hoch Aber das funktioniert Doch nicht Gut, wir haben einen Schlüssel Und wir auch nicht Ah, komm mal hier Das sieht gut aus Aber wir haben einen Schlüssel Für was ist der Schlüssel? Gut, Sie wieder zu hören Was ist passiert? Geht es Ihnen gut? Alles gut Fast Aber ich Ich kann gar nicht beschreiben, was passiert ist Ich erzähle dir alles, wenn ich wieder zurück bin Verstanden Bis bald Ja, erst mal einen Ausweg finden, ja Bis bald Willkommen zurück Geil Es gibt es doch nicht hier Es muss doch irgendwo in Ihrem verfickten Ausgang geben Ja, es liegt auch daran Guck mal, wie spät wir es haben, ne Also Halb, ne Halb eins Ja, es liegt daran So